Das geht um Intimität, weil das auch ganz normal zum Leben gehört, wenn man verheiratet ist, dass man Intimitäten hat und dass man Geschlechtsverkehr hat. Und das ist auch ein, sage ich jetzt, ein Grund, dass man heiratet. Und das ist natürlich auch, das gehört zum Leben. Aber das Hadith, was der Autor gebracht hat, das ist 941 bei mir, was der Prophet sagte, verflucht ist derjenige, der eine Frau mit einer Frau anal verkehrt. Und das ist ein klarer Beweis, dass sie verboten ist. Und das Hadith bei Abu Daud und Nesai. Und viele Sahaba haben sowas überliefert wie Ali, Umar, Ibn Mas'ud, Jaber, Ibn Abbas, Ibn Umar, Anas, Abu Dhar, dass es verboten ist, dass man mit der Frau verkehrt in einer Bereich, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bevagen. Und dafür gibt es den Koran und zwar barakallahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Nisa'ukum harthu lakum, das wird eure Frauen sind euer Saatfelder. Faitu harthakum anna shi'etum, das wird, ihr könnt verkehren mit den Frauen, wann ihr wollt. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Faitu hunna min haythu amara kumullah, das wird verkehrt mit ihnen, wie Allah subhanahu wa ta'ala euch befohlen hat. Das wird an die richtige Stelle. Und die richtige Stelle ist barakallahu wa ta'ala, das Geschlechtorgan und dort. Eigentlich hat man Geschlecht verkehrt, damit die Frau schwanger wird, damit man Kinder bekommt. Und das ist genau diese Analogie hier in diesem Zusammenhang. Das heißt, wenn du ein Feld hast und du siehst Kerne, damit du am Ende Pflanzen bekommst. Und deine Frau ist wie dein Saatfeld, du verkehrst mit ihr, damit sie schwanger wird und Kinder bekommt. Und die Stelle, die Stelle, dass der Mann mit der Frau verkehrt, ist klar. Das ist natürlich die Stelle, dass man Kinder bekommt. Und nicht, waliyah subhanahu wa ta'ala, in Analbereich. Und zwar barakallahu wa ta'ala, ist es verboten. Und dass einige Leute behauptet haben, Malik hätte das gesagt oder Shafi hätte das erlaubt, das stimmt nicht. Das stimmt nicht einfach. Das ist gelogen über die großen Gelehrten. Einige von Schia haben gesagt, das geht. Aber natürlich, barakallahu wa ta'ala, die Beweise, Koran und Sunna sind klar. Und es gibt noch einen Beweis, was klarer ist. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, wer mit einer Frau anal verkehrt, hat somit das verleugnet, was Allah, den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, offenbart hat. Und der Hadith 942, Ibn Abbas, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, Allah schaut nicht denjenigen an, schaut ihn nicht an. Das bedeutet, Allah, subhanahu wa ta'ala, gibt ihm kein Barmherzigkeit. Allah, subhanahu wa ta'ala, bestraft ihn. Ein Mann, der mit einem Mann anal verkehrt hat oder mit einer Frau. Und deshalb, das ist Barakallahu, fikum klar. Begadah, subhanahu wa ta'ala, uns, ba, bachn.